hallo herzlich willkommen mal wieder bei starbaut ja ist schon eine weile her seit ich das letzte mal die erste folge aufgenommen habe und sich gerade ich habe mein charakter falsch benannt radios die radios heißt das doch sonst da erst mal wieder gucken wo ich das letzte mal war ja ich habe gesehen dass viele und meinen von meinen starbaut videos sehr gerne geguckt werden und deswegen habe ich mir gedacht mache ich doch mal lieber ja ein bisschen starbaut wie sieht das denn jetzt aus hier ist dunkel ich war hier wirklich schon lange nicht mehr sehr dunkel hier und ein bisschen pflanzen einsammeln hier sind was zu essen so kiste haben wir da immer gezeugs so ja hat sich wieder viel geändert seit dem letzten mal ich weiß gar nicht was ich habe jetzt gar nicht so verfolgt deswegen werde ich das jetzt einfach mal mit euch ein bisschen erkunden verzieh dich auf die schnuss ich bin da voll angeschlagen ist ja auch feindlich da wird das tag auf diesem planeten und ich muss eigentlich erstmal gucken was muss ich überhaupt machen food fight stay healthy raw steak killing a monster with a hunting bow or hunting spear cook it on a campfire yes das kriegen wir hin das heißt ich brauche mal einen bogen habe ich denn schon einen nein wahrscheinlich nicht ich habe keinen bogen ich habe keinen links hunting bow ah können wir doch machen habe ich noch keinen zack da habe ich einen campfire auch jetzt dabei dann mache ich eins so ähm dann nehme ich den hunting bow mal wieder hier hin ja und dann schauen wir mal ach knapp um die krieg noch ach schade gut dann nicht dann holen wir uns was anderes ja noch mal sehen jetzt regnet es erstmal ist ja wie zu hause hier äh sauwetter ich weiß gar nicht ob das überhaupt der heimatplanet ist war oder so ähm oder ob das jetzt ein uah Mist oh shit ich bin gleich kaputt fuck ah hilfe hm haben wir unser stück fleisch ähm so weg hier ja ob das der anfangsplanet war oder ob ich schon weitergereist bin ich hatte mir jetzt gar nicht mein erstes video nochmal angeguckt ähm wie ich da wie weit ich da war hab ich dreimal campfire ach da ja äh panne hier so äh jawoll es ist auch neu hier ne so lila so Delicious! I'm sure I can cook some even tastier dishes. Once I find better ingredients, maybe I should craft a hoe and find some seeds I can plant. Nächstes Quest Tutorial 5. Out of the frying pan. To make more advanced items, I'll need to craft a stone furnace using a crafting table. With a stone furnace, I'll be able to smelt raw ores into refined metal bars. Also, jetzt einen Ofen erzeugen. Den Ofen können wir hier machen. Also, ich hab auch gerade genug bei. Toll, dann machen wir das doch. Awesome! Time to play with fire. This should work for most basic metals, like copper and iron, which I can... Which I can then use to build a more advanced furnace later. Ja, also wir können jetzt mit so Basismaterial kommen wir jetzt schmelzen und später können wir daraus einen neuen Ofen machen, mit dem wir wieder besseres Zeugs herstellen können. I'm going to need better tools if I'm going to survive down here. I should start by making use of a furnace and smelting some copper ore to obtain a copper bar. The deeper underground I go, the more likely I find... Oh, ja, desto tiefer wir in den Planeten gehen, desto mehr finden wir Platz. So, und wir sollen jetzt... Ähm... Moment, jetzt stelle ich das Ding erstmal auf. Wo ist es? Da... Weg... So... Dahin... Copper bar sollen wir herstellen. Ach, guck mal, das ist ja praktisch. Mach ich doch direkt mal... Hippi schnappi. Äh, nice! I'll need a whole bunch of copper bars to start building tools. A copper pickaxe will allow me to mine faster for a while. Ja. To make use of stronger and more valuable ores, I need an iron anvil. With an anvil I can prepare myself for the dangers ahead. I can make one with the crafting table. Also, wir sollen jetzt mit dem crafting table eine Iron Anvil, also eine Eisen, ähm, Amboss, herstellen. Dann... Dazu brauchen wir bestimmt Iron Bars. Mach ich mal ein paar... Äh... Hier... Und dann... Mal gucken... Iron Anvil, da ist es. 4 von 8. Ja, Mist, da muss ich wohl noch ein bisschen Iron sammeln. Gut. Dann... Gehen wir mal wieder runter... Auf den Planeten, würde ich sagen. So... Lass mal hier so ein paar Sachen verstauen. Das kann ich, ob ich schon... Hier, was hab ich in den Kisten? Gucken. Irgendwie schon irgendwas. Ah, hab ich... Hab ich Korn drin und Potato. Ähm... Das heißt, da kommen die... Vernünftigen... Äh, die vernünftigen... Nein, nicht die vernünftigen, sondern die... Nicht die Samen, sondern die fertigen Sachen. Kommen da rein. Was haben wir noch? Nix. Da ist dieses Rot-Grün-Blo-Dings. Kann man Farben herstellen. Das könnte ich gleich mal essen. Ah... Naja. Ähm... Samen, Samen, Samen. Sonst haben wir nur noch Samen. Okay. Da war das. Komm ich an den anderen gar nicht dran. Warte mal. Wie? Konnte ich doch... Ducken? Ducken? Ah, ja. Und... Ach, ne. Dann halt so. Da haben wir die... Samen drin. Hab ich schon mal einen Container gemacht für. So... Jetzt haben wir hier... Da sind die Samen drin. Red Seed ist dabei gekommen. Horn Seed ein bisschen mehr. Und... Rice Seed auch noch einen. Sehr schön. So, das ist ein Hammer mit 66 DPS. Ich hab 144 DPS. Ja, dann können wir den ja mal... Ähm... Ja, verkaufen können wir den nicht. Der ist nix wert. Mal eigentlich wegschmeißen, oder? Dank schon. Okay. Ich kann ja eigentlich noch nirgendwo anders gewesen sein, denn äh... Noch kann ich ja nach... Zu keinem anderen Planeten fliegen. Deswegen wird das wohl der erste Planet. Aber ich mein, ich wäre hier schon... Tiefer gewesen. Von daher... Würde ich sagen... Die Welt wurde neu erstellt. Und... Stirb. Ja, stirb. Den Schmetterling werde ich wohl nicht kriegen. Ein bisschen Rice. Ist auch nicht verkehrt. Was bist du für einer? Boah. Der ist schnell geplatzt, würde ich mal sagen. So, ich muss jetzt runter, weil ich brauche... Eisen. Na, erstmal Taschenlampe an. Eigentlich bräuchte ich mal so ein... Backpack Ding. Mit Licht. Hier ein paar Fackeln hinsetzen. Hier ein paar Fackeln hinsetzen. Ich würde mal lieber... ganz ein bisschen... Gucken hier. Aber die Picke, die ist ja schneller. Gucken hier. Aber die Picke, die ist ja schneller. Ähm... Ähm... Was ist das? Achso, Bouncing oder was hier? Ding, 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 ding. Na super, alle guten Dinge sind drei und im dritten ist natürlich der Mist drin. Es war aber schön hell, während ich gebrannt habe, also von daher... Naja, gut, ich bin auch wieder fast tot. Ja, wie ihr auch sehen könnt, die Aufnahme ist jetzt in HD, HD HD sogar. Also, ähm... 1080p, weil ich ja jetzt mittlerweile meinen neuen Monitor habe. Und... Oh. Kaputt. Kaputt. Guck... Doof. Puh... 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 Soviel dazu. Ähm... Ja, ist ja blöd. Puh... 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 ...puh... Puh... Puh... so vielleicht kann ich denn schon mal ein paar oder ist auch neu nein was wollte ich machen ich wollte gucken wegen licht kann ich schon irgendwie was mit licht machen nene nicht so wirklich Nee, nee, haut mich nicht um. Was hat er denn hier? Upgrade. Boah. We find copper. Zehn Stück. Praise power. Oh, warte mal. Wie viel haben wir denn? Copper. Success. So, Liquid. Defined Silver. Na gut, haben wir jetzt noch nicht. Aber schon mal mehr Power ist auch gut. Ich wollte mir doch eine neue Axt machen. Ach komm, scheiß. Scheiß drauf. Das Ding ist auch wieder da. Guck mal. Was ist jetzt? Rage? Ich bin der Biber. Nein, was? War. War. Schlecht, schlecht. Schlecht, 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 schlecht. Nein. Aua. Waffe, Waffe. Oh. Oh. Ja, ich wollte mir ja eh eine Spitzsacke machen. Ach, da brauche ich ja, glaube ich, den Anvil führen, ne? Mist. Wie legt das Ding denn her? Shit, habe ich mal gefunden. Ja, super. Dann mal wieder runter. Ich muss hier unbedingt mal Licht machen. Das ist so dunkel hier. Sieht doch gar nichts. Da habe ich natürlich ein Problem. Wenn ich jetzt hier runter springe, unten ist kein Wasser. Ähm, nicht gut. Deswegen mache ich einfach nochmal den Tunnel ein bisschen breiter. So, diesmal keine Überraschung hier. Wenn ich jetzt irgendwo mal Wasser finden würde, könnte ich das hier ausbreiten und dann... Ah, was haben wir hier? Und? Licht? Ja, Kohle. Ah, Leute, ich brauche doch keine Kohle. Ich brauche Eisen und so. Scheiße. Oder Silber. Silber ist auch gut. Kann ich schon mal Flüssigkeiten mitnehmen? Nein, ist wieder so ein Knob. Das ist quasi jede Menge Kohle. Das verleitet einen ja auch immer, wenn diese ganzen Sachen da liegen, dass man die auch mitnimmt, ne? So finde ich jedenfalls. Er will unbedingt... Unbedingt aufs Maul. Kleine. Kabing. Das war doch sauberer Schuss. Immer nur Kohle hier. Ich muss unbedingt tiefer. Sehr viel tiefer wohl. Um hier mal ein bisschen was anderes zu finden. Deswegen... Am besten grabe ich mich jetzt mal so treppenstufig runter. Gucken, kann ich noch ein paar Torches machen? Boah, geht noch. Machen wir noch mal ein paar. So, was fehlt jetzt? Wood Planks fehlt. Okay. Ja, wenn ihr mehr von Starbound sehen wollt, dann lasst mir einen Kommentar da und mal einen Daumen hoch. Und dann gibt es auch öfter mal wieder eine Folge von Starbound. Vielleicht gibt es auch irgendwann mal einen Community-Server, was euch so gut gefällt, wo man da mal zusammenzocken kann. Im Moment fehlen dazu die Ressourcen, sprich, ja, keinen verfügbaren Server im Moment. Aha, jetzt kommen wir in den Untergrund. Gut, man hört es, die Umgebungsgeräusche, der Ambient Sound, der ist anders geworden. Das heißt, wenn ich jetzt hier so eine Wand wegnehmen würde, kann ich auch nicht mehr hoch teleportieren. Wie man hier sieht, müsste es noch gehen. Ja, hier geht's noch. Ja, stimmt, hier geht's noch. Und hier unten geht's nicht mehr. Hier unten ist nämlich jetzt der Untergrundbereich. Oha, ja. Da ist auch direkt schon mal wieder hier so ein Mr. Popper. Woa, 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 woa. Alter, als der da hochkommt, wusste ich jetzt nicht. Ähm. So. Kollegah. Zack, den hat's erwischt. Oh, hab ich aber Glück gehabt, dass der nicht irgendwie Wissen hat oder so. Guck mal. Er scheint nichts zu machen. Er ist freundlich. Da ist oben ein bisschen Kupfer. Nehme ich doch direkt mal mit. Oh, okay. 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 das sieht aus wie eisen sehr gut wo einmal eisen ist da muss noch mehr sein sind auf jeden fall schon mal in der richtigen schicht wahrscheinlich noch ein bisschen tiefer deswegen mache ich jetzt mal hier so schnellen printen das sieht schick 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 was haben wir denn hier schönes eisen und gold das ist doch schön als wieder eisen und dass wir so ein vieh du kannst da mal bleiben ich habe hier keinen bock auf dich ich will jetzt hier oben das eisen haben okay k bing 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 Also so ein Ruckkopf, Rucksack, so ein Rucksackleuchte wäre schon echt praktisch. So, so, da ist ja schon wieder eine Höhle mit Viechers. Eine ist nett, der andere nicht. Ja, so ist das, ne? So, den Bösen, den haben wir erledigt. Wir können hier mal reingehen. Den anderen mal Hallo sagen. Na, Kollege? Ah, was haben wir denn da oben? Das sieht doch irgendwie so aus, als wäre das irgendwas anderes. Irgendwas, was ich noch nicht... Ist das Silber? Jawohl, Silber. Silber ist gut. Den brauche ich, um meinen Manipulator aufzuwerten. Und deswegen... Schauen wir mal. Aber ich glaube, hier ist nicht mehr. Ah, ein bisschen Gold. Gold ist auch schick. Nehme ich auch. Man kann das Ding auch als Scanner benutzen. Man kann hier so gucken, ja, so... Ach, da vorne ist Gold. Nehme ich. Brauche ich nur noch einen Weg dahin. Ist denn durch den Rest Kohle hier? So, gehen wir mal weiter. Äh, kommt noch nicht ganz hin. Kann ich mal die Taschenlampe nehmen, ein bisschen leuchten. Da sieht man auch noch so ein bisschen. Teilweise kann man hier mit der Taschenlampe auch so ein bisschen gucken. Da sehen wir jetzt auch das Gold. Hiermit kommen wir weiter. So, da ist nix. Hier ist nix. Ich will natürlich nur so weit gucken, wie das Ding auch theoretisch abbauen könnte. Da vorne haben wir wieder was. Ich komme hier wieder nicht vorbei. So. Ja, gut, da ist wohl nix mehr. So, jetzt gucken wir erstmal, dass wir hier wieder vernünftig runterkommen, ohne den Kopf aufzuschlagen. Dann haben wir noch Kupfer. Hier haben wir noch Eisen. Dann nehmen wir natürlich erstmal das Eisen mit. Mal den Suchalgorithmus einschalten. Da ist noch ein Gegner. Äh, aber sonst sehe ich jetzt hier, da ist was. Ah. Nehme ich. So, das hätten wir auch. Da unten gucke ich jetzt erstmal nicht weiter. Ich gehe jetzt erstmal hier den, den Kupfer abbauen. Der, die den, den, den Kupfer, ich schwöre. So. Was haben wir denn da oben? Da geht's auch noch hoch, da. Mal gucken. Hier gibt's auf jeden Fall Silber. Das ist nicht gerade wenig und deswegen ist das eine gute Entscheidung gewesen, hier hoch zu gehen. Bing, 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 bing. Vielen Dank. Also der Meta Manipulator könnte noch ein bisschen größer sein, um hier ein bisschen mehr zu findern. Unten haben wir auf jeden Fall auch noch mehr. Aber, Leute, die Folge ist vorbei. Die zweite Folge in der zweiten Staffel, nach langem, ne? Die erste Folge kam ja schon vor Monaten und jetzt kommt mal die zweite Folge. Wenn ihr mehr sehen wollt von Starbound, dann lasst mir einen Kommentar da und einen Daumen hoch. Das hilft mir und dann weiß ich Bescheid. Ja, ich würde mich darüber freuen. Ich nehme jetzt nochmal, denke ich, eine weitere Folge auf. Und, äh, ja, ansonsten warte ich erstmal auf euer Resümee. Schreibt mir einfach. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute. Tschüss!